Egal, ach nein, jetzt hört doch auf, nicht im Stream, bitte, das hatten wir letzte Woche schon, da hab ich keine Lust drauf. Wusst ich doch nicht. So, guck mal, Channel 0 bin ich. Ähm. Destroy. Äh, Kuru, kommst. Kuru, komm doch. Erscheinen ist doch was da. Erscheinen. Kannst woanders erscheinen reicht schon. Mhm. Genau. Okay. Ich bin gekommen. Ähm. Ist dir noch keiner gegangen wegen deinem Thema Level? Bitte? Ich darf gar nicht wissen, ob du gekommen bist. Bäm. Was nehmen wir für Digimon? Ich nehme auch Mini. Was denn? Ja, Chris. Ja. Oh, dann läuft ja. Ja. Ich glaub, 1515 Aura sieht so hässlich aus, ne? Echt? So hässlich. Das ist doch dieses komische, komische... Die Vierecke da. Spudeln oder was ist das so? Hm. Ja, diese komischen, viereckigen, orangenen Teile, ja. 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 Naja, die spudeln so wie ich, als würdest du grad irgendwas spinnen. Ja. Ja. Ohja, dann kann ich ja nur ein WM-Item. WM und... Ja. Der Channel wurde removed. Haha. 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 Jetzt muss ich erstmal hier die Dings wegmachen. Haha. Man konnte doch auch die Dinger ausmachen, ne? Von anderen die Digimon, oder? Ja. Die Dinger nochmal. Ja. Ich auch noch. Was machen? Weil beim Dings ist das ja echt hässlich, ne? Beim Karten. Also ich seh hier vier Leute. Und keiner hat einen Loading, jemand draußen. Die können doch einfach so Karten. Ähm. Name, Display. Other Players Off. Monster Off. Achso, da sind die Namen. Ach Name, Display. Ninde, die Nummer. Ich glaub das war im Interface. Ah, da hab ich's auch. Chillig. Chillig. Ja egal, dann lass alle mit normalen an hinten. Aber... Ich bin ja mal wieder oben. Macht da. In uns. Ciao. Jo. Tschul. User left your channel. Okay. Also leg mal rein, folge fest. Ja, wer fängt an? Keine Ahnung. Leg fest. Äh. Aber wenn wir vier Leute sind, dann brauchst du nicht unbedingt ein BM Item, äh, einen Jokraska. So heißt es schon. Egal, dann können wir schneller kloppen. Sind wir schneller. Ja. Und cool doch, willst du nicht berechnen. Ja, wir sind doch eh zu viert. Eine Minute ist doch cool dann, oder? Nein. Ja, drei. Okay. Lass's so machen. Ich fang an, dann du, dann Kuru, dann mein Cousin. Schreib das so. Alles klar, habt ihr mitbekommen, ihr anderen alle? Äh, sind die auch im Test? Nein, aber die gucken wahrscheinlich den Stream, also deswegen... Moment, Moment, ich, ähm, gib eben... Erster, ich, Zweiter, Verstands, Dritter, Pro, Vierter, Kirby. Ähm, was muss ich noch hier? Re-Optainment. Ja. Alles klar, okay, dann, äh, würde ich sagen, äh, 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 ähm... Die Ethemons danach, ne? Nein, danach die Vögel. Nein, die Garudamons? Ja. Okay. Ich hab so lange nicht mehr gekadet, ne? Unnormal. Ist dein Loot nicht. Ich loote. Oh, da hinten ist noch Loot. Oh. Chicken-Kombo. Oh, ich hab Core, Stens. Core, kannst du dir das vorstellen? Jetzt geht's los, Alter. Mach mir wieder ne Wette, wer der Ketter weiß. Ja, ja. Da liegt noch ein Päckchen hier, wa? Päckchen? Vergessen. Egal, wenn's Chicken-Kombo ist und so, kannst du ruhig aufnehmen, wenn ich das vergessen hab. So, fertig. So, Skrins, du bist dran. Ja, kommt. Wer ist jetzt eigentlich grad ins CS gedoint? Ich hab keine Ahnung. Ah, der Kuro. Ja. Fängt da cool an, wa? Du gehörten jetzt der Vogel, ist das dein Vogel? Ja, das ist mein Vogel. Oh, schlechte Karte gekriegt. Oh, das Schlechteste, was gibt. Was bappelst du? Was? Kein Loot? Wo ist mein Loot hin, Alter? Ich hab schon 6 Score, Digger. Ey, lootet einfach gar nichts. Ey, was ist da los? Was ist dein Loot? Ey, kriegt einfach gar kein Loot, ey. Doch, da ist Loot. Wow. Chicken-Kombo, Chicken-Kombo. So, halt. Oha, erst die Vögel, erst die Vögel, Leute. Erst die Spinnen. Nein. Die Vögel. Die Vögel als erstes. Und dann die Spinnen. Jetzt die Vögel. Kuro hat gespawnt, ne? Ist Kuro's Karte jetzt. Mal spawnen, ja. Ah, da war noch ein Vogel. Ja, boofen. Na gut, der mach den. Dann mach ich den. Kuro, loote. Loote, wie du noch nie gelootet hast. Du hast da was vergessen. Noch ne Chicken-Kombo. Jetzt wird erst mal dick gekadet hier, ey. Good old times. Good old times. So. Ab geht's, Fabi. Spawn deine Karte. Ich glaub, dein Level 92 ist zu hoch für die MC5-Karten. Deswegen droppt man so schlecht. Ist klar, die zwei Level da. Fabi, du willst spawnen. Keiner Monster hat fünf hab ich. Ja, mach. Ja. Spawn, was du willst. Ja. Ich hab keine... Ich schau. Warum nicht? Ja, weil ich dachte, dass du die die ganze... Nö. Ich... Ich nutze die für mich selber. Dann... Ich... Ist doch klar. Ich... Ne? Ey, was ist... Ey, woher hast du eigentlich Strongest Thamer her? Ja, gell? Woher hast du denn? Das sieht voll geil aus, das Symbol. Boah, ja. Okay, Miester. Nice. Im Chat. Sauber. Endlich. Geil. Was? Hä? Ja, mal ein guter Freund. Scherer darf man fragen, weil du so viel CC hast. Einfach gekauft. Gekauft. Ja, gut. Dann spawne ich jetzt einfach wieder eine Karte, ne? Dann würde ich sagen, let's go. Ja. Oh, komm mal hier. So eine schöne Karte hier. Eriktig geil. Du mit deinem Lacken. Alter. Ja, ne? Das war auch immer so. Wer kriegt die beste Karte? Wer spawnt die beste Karte? Hau... Hau mal die mal weg hier. Ich mein, ich kann auch wechseln, ne? Zu einem Nidia-Jahren Digimon. So ist es halt nicht, ne? Nein, ich mein halt. Ich mein, wenn du halt deine Spezial-Attack einsetzt, Augen-Dimon ist schnell leer. Jo, dat stimmt. Da brauchst du halt schon fast Chicken-Combo. Weil die Discs bringen ja nix. Ja, aber Chicken-Combo ist, äh... Hab ich in Massen, ne? Wusstet nicht. Ah, ich... Weißt du, es gab auch mal Zeiten, da hast du Chicken-Combo gesucht, wie ein Blöder, aber es keine mehr gab. Jo, und heute... Kriegst du die... in den Arsch geschoben. Bäm, 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 bäm! Oh, schon beide tot? Nice. Los, Stan, spawn deine Karte! Ah jo, mit Vergnügen. Jetzt. Aha! Okay, doch. Geht klar. Krieg'n Ethemon dazu. Jawoll. Zwei Ethemons. Hohohoho. Ach, ähm... Ich hab... Also, viel hast du nicht verpasst. Ich hab Thelma 990 gerade gemacht. Warum sammelst du mein Zeug ein? Ach ja, oh, Verzeihung. Boah, hast meine Korre geklaut. Ich war jetzt voll mit Brain-Afgard, sorry. Ja, war ja klar. Dafür darfst du gleich von mir looten. Ach, das Spiel haben wir ja auch schon mal gespielt, wa? Ja. Ähm, ich hab Thelma Level 99 geschafft, dann haben wir noch ein bisschen Hauptmine Hawkmon gelevelt. Also, um auf Thelma 990 zu kommen und... Ja, ansonsten... Hab ich für 12T 100... 100... Wie viel waren das? 140 Psygmon X gekauft. Und keinen Psygmon bekommen. Deswegen verkaufe ich die wieder. Und die Psygmon verkaufe ich wieder. Jetzt gerade momentan, weil ich keinen Psygmon rausgekriegt hab. Aber ansonsten hast du nicht viel verpasst. Nix so viel. Batz-Butz-Butz-Butz-Butz-Buh. Der Rudermann. Ich frag mich, wo Lukas bleibt. Der wollte ja auch noch schon längst kommen. Oder? Er hat gesagt, glaub ich, halb 8, hat er gesagt. Ha, wir haben ja schon 20 vor. Hup! Huay! Bum, bum, bum. Wegklatschen. Oh, meine Ohren tun schon weh vom Headset, ey. Du hast doch so ein teures, überdimensionales Headset. Ja, ich hab dieses Razer Kraken 7.1. Hattest du nicht mal so ein weißes? Ja, schon. Ach, ewig nicht mehr, ewig nicht mehr. Wer ist dran? Ich, ne? Ja. Das sah aber besser aus, oder? War halt bequemer, fand ich. So. Ja, wow, bequemer so. Oh, da ist schon wieder ein Vogel. Ja, du kannst hier jetzt einen Loot aussuchen, ne? Von irgendwen, den du möchtest. Hast gelootet? Ja. 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 Geil! Ah, da ist noch eine Spinne. Oh, da liegt ja ein, ein, ein. Klar kannst du mich mit Fragen bombardieren, immer wieder gerne hier, bin ich immer für bereit. Immer wieder gern. Ja. 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 Ja, da kommen noch zwei. Bam 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 bam. Ja. Wie viel Chor hast du schon? Alter, wir sind verarscht. Ich weiß es nicht. Ich hab mein Inventar nicht aufgemacht. Ein Vogel müsste noch noch mal leben. Wo ist der? Nein, wir haben schon alle drei gekillt. Was? Jo. Na ja, dann ist Kuro dran. Jo. Okay, ich hab ne Frage. Wie fandest du die letzte Fabytale-Folge? Langweilig. Was labest du denn? Was kam denn da noch mal drin vor? Ich muss grad mal überlegen. Ich hab die geguckt, aber ich hab's... Ne, ich hab's nicht vergessen, genau. Oder doch, ich hab's schon wieder vergessen, was drin vorkam. Fuck. Warte, muss ich mir mal eben kurz angucken. Guck ich mir noch mal eben kurz den Schnelldurchlauf an. Ah, ich muss dabei auch noch an hinten. Nicht hier vergessen. Ach, genau, das war ja nur mit der Gilde da von denen. Und so. Ja, 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 ja. Ach, ich erinnere mich. 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 Also ich muss sagen, ähm... Ich muss sagen, die war ein nice Filler sozusagen. War so, um zu sehen, ne, was bei denen in der Gilde da so abgegangen ist und so. Wo die alten Kollegen von der bösen Gilde da zurückgekommen sind und so was, war ja schon nice. Oh, ich bin da, ne. Du bist dran und da hinten liegt noch ne Karte. Also fand ich schon nice der Filler, aber hätte nicht sein müssen, also. Weil ich schon voll... Oh, oh, da liegt noch ne Karte von... Ja. So, ich hör wieder da. Oh! Hey! So, was ist jetzt noch eine Frage und wie sieht's mit der Idee aus, die... Ja, da haben wir noch mal... haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das werden wir, ähm... Level? Warte, Level. Warte, was machst du gerade noch? Rekaden. Ähm, wir werden... Dann Zweitkanal müssen wir noch bereden, also steht noch in Planung. Steht noch in Planung. Boah! Platz frei? Nein. Was ist deiner Meinung nach die beste Route beim Leveln, um zu farmen? Bist dran, du Stehns, ne? Nein, du? Nein, ich hab... Oder hast du gerade? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Neun Sekunden. Okay. Beste Route. Also beste Route...